Wenn jemand kommt... Mach die Twitch, das soll keiner sehen. Okay, Xie, du kannst die Kamera halten. Fred, komm her. Jetzt bin ich wohl der Einzige, der weg ist. Das ist ganz schön verdächtig von mir. Oh, Trade. Ja. Ja, Porter. Jetzt sollst du die Kamera halten. Oh, besser. Das ist Xie Resort. Das ist Xie Resort. Cool. Was ist das? Die habe ich noch nie gespielt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Jo, noch 300 GB ist meine Festplatte voll. Aber auf jeden Fall sind hier Waffen, also funktioniert die Map schon mal. Wer schießt denn da? Aber ich kenne mich hier nicht aus, das ist voll lustig. Ich komme da. Bleib genau so stehen. Oh Mann. Ticket Office, okay. Lass mal downloaden. Hallo, ich bin der Ticketmann. Ja, ich bin der Malik. Oh, jetzt runter. Jo, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Wer war das jetzt? Das war der Demon. Es gibt sozusagen einen Untergrund hier, ne? Wieso Dämon? Ja, man. Ich spiele jetzt nur noch mit, aber ich bin... Nicht mehr am Aufnehmen. Ja. Oder soll ich gehen, weil es zu viele sind? Mir ist egal. Ist man schon da? Ja. Schon wieder Detektiv. So. Ich hab mal schnell Anmarsie in halben Stunde. Das mit dem Schwein war einfach nur gemein. Was? Hey, die Map ist richtig cool. Ich bin wirklich zu oft Detektiv. Die ist aber echt verlinkelt. Gut, aber ich mag die. Aber ich mag die. Die ist doch gut für Traitor. So. Val. Val hat grad, äh... Nein. Und ich hab daraufhin Val umgebracht. Oh, das ist der Lake. Hallo Lake. Ich bin puren, weil ich Val umgebracht hab. Oh, ich hätte gerne mal ne vernünftige Waffe statt... Ey, Julian, guck mal, da ist ne 88 auf dem Boden. Was ist auf dem Boden? 88, juhu. Oh, was? Hey? Oh. Ihr redet doch alle nur... Das... Da ist... Da ist ne 80. Hallo 80. Da ist ne 88. Und da ist ne 88. Wie viele Traitor haben wir? Keine Ahnung, wie viele sind wir? Acht. Wahrscheinlich nur zwei. Ja, das sind wohl nur zwei. Ich bin puren, also keine Sorge. Oh, hier ist ein Bierkasten. Oh ja. Lauf voraus. Ist noch hier unten. Den kann man aber nicht bewegen. Schade. Der ist hier ein Stück weiter. Warte, hast du die gelegt? Ne. Ich hab nix gelegt, ne. Ja. Nicht umdrehen. Da steht ja einer. Ja, einer. Auf jeden Fall ist jetzt der Bierkasten. Ja, also ich... Ja, genau, Traitor. Ihr hattet was von White House, aber ich find White House doch besser. Ach so, ne. Smoke. Wie lang dauert das denn hier? Hier liegt ein toter Well. Nehm ich mal seinen Shotgun mit. Ich hab mich verlaucht. Er hat von dir. Können rausrauben. Naja. Da ist ein Lake. Die Eltern vom kleinen Trait können ihn im Bällebad abholen. Im Bällebad? Hier liegen leicht. Bällebad, Bällebad, Bällebad. Ihr tote Mensch. Was heißt denn diese 88 hier? Vielleicht 88 Meter... 88... 88 Zoll? Ja, 88... ...Inch. ...Inch. 88 Luftballons. Ja, Inch ist ja toll. Luftballons. Richtig. Was ist das denn? Hier läuft Musik. Hier läuft Musik. Yeah. Bullshit. Copyright Strikes. Yeah. Woo. Ich steh auf Copyright Strikes. Genau. Er gefällt. Oh ja. Gleich vertraue ich nicht. Dann habe ich bis jetzt nur so wenig gewohnt. Ich bin Purven. Ich habe Well umgebracht. Das stimmt, ja. Ich bin Detektor. Ich habe am Anfang auch laut rumgebrüllt. Deshalb würde ich mich lieber beim Detektor aufhalten. Vielleicht vertraue ich noch den Julian Asomosus. Geht weg. Ich mag euch nicht. Ich bin's nur. Ich glaube, ich bin es. Trade is it? Okay. Soll ich mal zu traden? Alle zu traden. Alle zu traden. Wo ist Trade? Hallo, hallo, hallo. Möchtest du ein Ticket ziehen, Michi? Musst du da draußen stehen. Ich chill im World Pool. Ja, da geht nicht. Hier. Das Fenster. Ein Ticket. Ein Sekunde. Lake, druck mal bitte ein Ticket. Wenn wir alle ein Ticket haben. Geht nicht. Wir haben keine mehr. Ja, tut mir leid. Wir haben gerade einen Defekt. Wir sind sowieso schon weg. Naja. Äh, schlö. Mach schon die Chiss. Wir hätten morgens noch eine Tasse Kaffee. Oh. Das Frauenklo ist gesperrt. Da steht Radiation Barning. Also da bin ich ja so ausgerissen. Als ich in England war, gab es eine Toilette für Männer und eine für Frauen und Behinderte. Ja, manchmal werden die gleich gesetzt. Manchmal werden die gleich gesetzt. Ja. Das war echt total geil. Im Endeffekt ist ja auch kein Unterschied. Na, Draid? Nein. Nein. Ist ja nur Spaß. Wenn ich gefilmt werde. Oh, die Kacke. Das ist nochmal Kacke. Hier ist ein Draid. Warum bewirbst du mich mit einer Insti? Oh, da in der Disco rein. Das ist lustig. Oh. Ja. Coolin, ich liege im Bett, du kannst jetzt kommen. Okay. Ich komme. Ich seh dich. Hallo, Link. Und jetzt komme. Kann ich mitmachen? Wo seid ihr? Ich bin da. Kann ich mitmachen oder wenigstens zugucken? Ja, du kannst die Kamera halten. Du kannst die Kamera halten. Wo seid ihr denn? Das hab ich ja auch grad gedacht. Draid kommen ins Bett Zimmer. Das ist sogar der Fernsehen. Ey, wir können uns nebenbei angucken. Ich bin im rotlichsten Zimmer. Ja, und wir sind hier zu dritt. Ich klem mir im Bett fest. Lass mich wieder gefesselt. Ja. Gefesselt gefällt es mir am besten. Oh, hier ist eine Sauna. Hä, wo seid ihr, liebe Freunde der Sonne? Baldi. Ich hab leider kein Radar gekauft. Wir haben kaum Tote bis jetzt. Ich mach mich mal auf die Suche nach ein paar Toten. Versuch die Toten. Keine Ahnung, vielleicht wie hier noch ein paar. Da hat jeder... Also der Michi ist für mich am Suspekt. Der ist wounded. Der ist wounded. Der ist wounded. Und den hab ich die ganze Zeit nicht gesehen. Ey, hier ist unser zweites. Ja, ich bin Fall-Locker-Fall-Granotte. Hat die Zone geworden. Naja, ist überhaupt jeder. Ah, für den Teil war niemand. Oh, ich kann wegschossen. Draid, komm, wir gehen ins Bett. Komm. Okay. Bin ich auch dafür. Ich geh wieder in den Darkroom. Wenn jemand kommt... Mach die Twitch, das soll keiner sehen. Okay, Xie, du kannst die Kamera halten. Draid, komm her. Jetzt bin ich wohl der Einzige, der weg ist. Das ist ganz schön verdächtig von mir. Oh, Trey. Ja. Ich wollte die Kamera halten. Oh, ich bin besser. Oh, fuck. Oh. Oh, Mann, oh. Oh. Julian. Oh, Mann, oh. Da wurde er gewischt. Ich hab den Typen hinter mir. Ich hab den. Scheiße. Ich hab den. Ich hab den. Dig mal außerhalb der Map. Der sieht ja voll geil aus. Die Berge. Ja, ja. Bisschen cool. Geil. Oh, jo. Oh, jo. Oh, jo. Oh, jo. Schöne, ähm. Skytech-Surm. Ja. Kannst du sein, dass einer fehlt? Es sind nur 9. Ja. Ja. Der Demon ist doch gegangen. Wer? Der Demon. Diemen. Ähm. Achso. Hat's gleich mitbekommen. Aber waren wir erst nicht sogar noch mehr? Zumindest hier im Team-Speak waren wir doch noch. Ja, ja. Aber... Wir passen ja nicht so viel rein. Das ist der Michi. Ditto. Ich bin beim Sky. Ich hau ab. Ich bin Innocent. Ich geh jetzt auf die Männer-Sense. Michi ist bei mir. Und beim Ditto. So, was ist denn hier noch? Also haben wir jetzt noch 2 Traitor immer. Julian. Fang! Nein. Bin ich fang. Michi ist bei mir. Michi ist bei mir. Du bist so eckig rumgelaufen, wie wenn man ein Traitor-Menü ist. Ja, manchmal bin ich halt eher so rund. Da bin ich eher eckig. Oh, Michi, Michi. Ja. Michi, Michi. Also ich glaub der Sky ist es ja, ne? Ah na. Also ich bin ja viel in die Fell. Ich geh auch auf die Toilette. Michi ist erstmal verdächtig. Was soll ich jetzt zu sagen Michi? Achtung. Überhaupt nicht jetzt los. Und aaaaahhhhhhhhhh. Das trug. Mach. Michi. Michi war, Michi. Michi. Michi ist verdächtig. Was ist das ernst gemeint oder? Ja, Michi hat jetzt Sky getötet. Also Michi. Ja. Ok. Ja, ich glaub ich seh die auch hier. Hab Michi getötet, hab Michi getötet. Und Dread ist tot. Konfirm. Michi ist Traitor, Michi war Traitor, Michi war Traitor. Ok. Dann haben wir ja schonmal einen weg. Zum Glück hat der mich gesehen in meinem Time Out. Möchtest du ihn auch konfirmen? Möchtest du ihn auch konfirmen? Michi? Hab ich tot. Nee, steht nicht. Nee. Ah ja, jetzt. Ok. Also ich bin nur vom Julien, falls das nichts passieren sollte. Ist klar. Ja, sollte ich selber so da hinterher sein. Au. Vielleicht sollte ich mich jetzt selber. Ach, hier geht ja, hier ist ja ne richtige Party. Ja, hier ist ja schlimm. Schön. Wo sind die anderen? Irgendwo. Irgendwo. Eine Frage, ja. Aber ich glaub wir sind ein bisschen zu sehr darauf fokussiert, die Traitor zu töten. Aber die Traitor müssen ja uns töten. So gesehen, ne? Da kommen sie. Oh. 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 Schlö. Schlö. Hab. Schlö. Xisua, Xisua ist es. Nein. Geweck. Ich kauf kalten Bonbons. Xisua ist es. Okay. Schlö. 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 Servo. Warum hab ich ne... Wir leben noch in Eno. Haben wir drei Traitor? Haben wir drei Traitor? Ich hab mal ne Frage. Wieso habt ihr euch jetzt alle gegenseitig abgefasst? Ach wir haben doch drei Traitor. Ja, offensichtlich. Ja, Kars. Ich dachte die ganze Zeit wir haben nur zwei. Ja, ich auch. Weil letzte Runde waren es ja auch nur zwei. Ja. Gut, haben also drei Traitor. Ja. Vielleicht wechselt das ja auch. Das ist ja auch cool. 2, 3, 1, 4. Ist gar nicht erst später dazugekommen oder so? Das kann nur er uns sagen. Ich war Inno. Ich war Inno. Ich war Inno. Die letzte Runde. Nein, ich meinst du später aufm Server gekommen bist. Achso, ja. Weil irgendwie hat sie es endlos gelangt. Das dauerte. Die Downloaderei. Das ist Julien. Ich bin Inno. Ich bin bei Lake. 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 Das ist ja alles. Der Well. Der Volk. Alter. Alter. Oh, ich bin Dettel. Alter, jetzt hört doch mal. Mann, eigentlich. Ich werd andauern. Oh nein. Das Bettzimmer ist ein weiter. Wolf, warum bist du verletzt? Weil ich gerade vorne in St. Derrick Grenade getroffen wurde. Das ist ja alles. Ja. Reicht das dir als Erklärung? Hier liegt ne Laiche. Reicht dir das? Reicht dir das? Reicht dir das? Oh. Reicht dir das? Reicht dir das? Reicht dir das? Reicht dir das? Oh, ist das Sly? Sly? Oh, also. Sly? Oh, wer war das? Oh, der ist Sly. Was ist denn hier? Wer hat die Brandgranate da gesetzt? Noch eine gesetzt? Es hieß Sly. Stimmt gar nicht. Ich glaube, es ist Vertrauen. Ja, das war ich auch gesagt. Oh ja, die Sauna, die ist geil. Ich hätte gerne eine dreiseitige Begründung, warum ich es sein soll. Weil gerade jemand gerufen hat, dass du es bist. Wer hat jetzt die geworfen? Die Inzidenz. Die Inzidenz. Die Inzidenz. So. Ja, oder wir machen das jetzt so. So. Da haben sie hier. Drei. Tick, Tick und Kackmann zwangschlagen. Julia! Ja. Ja. Ey. Es war gemein. Die Berge sehen einfach so geil aus. War ich zu hart zu dir, Julian? War ich zu hart zu dir, Julian? So gemein. Weißt du, ich stehe da mit einem Lake und der spritzt mir einfach mit ins Gesicht. Nein. Ich dachte, das magst du. Ja. Aber nicht mit so ner Wucht. Oh fuck. Ich mein, der spritzt hat 5 Millionen kmh drauf. Ich glaub, wir haben... Stimmt's gut. Was? Also das hätte echt weh getan schon. Neues Verstecks hier voll. Hallo, ey. Hallo, ich bin der. Julien. Wolfgang, Wolfgang. Marf, Marf, achso. Wolfgang. 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 Ah, Cyber ist jetzt erweit. Ach, der Schieber, Marf. Jo. Ach, da haben wir noch. Der Julien. Der Xiu. Da schleicht er sich ja einfach so rein, ne? Ach ja, ohne mal anders zu sagen. Letzte Runde war er... Äh, Michi. Wie oft sind wir eigentlich gleichzeitig Detektiv? Das heißt, wir haben jetzt 3 Traitor und 2 Dete. Mhm. Also so wie immer. Also so wie der ganze Abend schon. Wenn wir Poker spielen würden, dann wär das ein Full House. Hm. Stilste? Wer hast du denn eigentlich eben geschossen? Weil Full House... Ja, das war echt viel lustig. Weil Full House hat man auch... Alter, da drinnen liegt der Light, ne? 3 Traitor und 2 Dete. Oh! Anfall wurde der Jard eigentlich rausgenommen? Was wurde rausgenommen? Wer die hat? Nö. Der ist halt automatisch. Ähm. Einmal der Lake und einmal Wolf als Traitor. Was? Bist du theoretisch sicher? Ich bin froh und ich hab'n Traitor umgebracht. Bist du eigentlich sicher? Eigentlich. Bist du eigentlich ein Wolfgang? Na, Marc. Willst du allein bleiben? Bisschen, so Privatsphäre. Was ist das denn bitte für'n... Ich muss schlafen! Hier liegt ne Feuerknades auf dem Feuer. Ja. Das ist lustig, aber... Finde ich sehr witzig, ja. Alter! Ach so, das... Ja, stelle ich nicht ins Feuer-Draid. Das ist ganz gefährlich. Ich werde irgendwie heute... Andauern mit Incis beworfen. Das, äh... Missfällt mir sehr. Versteh' ich gar nicht. Das ist geil. Äh... Ach so. Oh. Moment. Ne, wen suchen wir? Der Wolfgang ist doch überhaupt noch... Okay, der ist doch schon. Der ist schon tot. Oh. Bumm. Den haben wir umgelegt. Wow. Der wollte schlafen. Der von mir war. Ja, weil ich grad durchs Feuer gelaufen bin. Und mehrmals untergefallen bin. Weil ich zu blöd bin, Leitern runterzuklettern. Okay. Der Lü stand jetzt grade ein bisschen länger rum. Ich glaub, der war ein Traitor-Shop. Ach ja, okay. Kürzte Info, ich bin nicht da stumm, weil... Sonst wird's nicht... Zu... Quasselig. Versuch mich doch aufs Nullt für nichts zu konzentrieren. Verlächtig, verlächtig, mein Sohn. Verlächtig, mein Sohn. Julian ist verletzt. Ja. Hab ich grade schon. Komm ich wieder hinter. Und lass mich mal einen. Will ich aus meiner Hände rückschießen. Komm, man, hier hinter den Tickers. Oh. Hallo? 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 Ganz kurz, bitte hört man mich. Ja. Ich hab übrigens gerade Connection Problems. Ja, ja. Sehr schön. Dann liegt's nicht an meinem Internet. Ja. Ja. Nein, das liegt wohl am Server. Super Server. Super Server. Ja. Auf sich direkt in 27. Genau. Wenn das wieder... Wenn das funktioniert. Wir sind alle zählen. Hammer. Okay. Also, pinke Pause. Yeah! Guck mal was ich mit dem Server losge. Mach das. Mach das jetzt. Mach das. Mach das jetzt mal, mach das. Mach das jetzt mal. Mach das. Mach das. Untertitelung des ZDF, 2020